Ich habe euch zum Start eine Grafik mitgebracht. Vielleicht hat jemand eine Idee, was das darstellt. Hat jemand eine Idee? Keine Ahnung, ist auch schwierig. Wie? Spendeverlauf. Nein? Nicht mit Finanzen, nein. Nein, das ist die FEGA-Arau-Adressliste, aufgeteilt nach Anzahl Personen ihres Alters. Ich liebe Statistiken. Wir sind eine generationenübergreifende Gemeinde. Eigentlich haben wir vier Generationen unter uns. Kinder und dann Erwachsene, also die Eltern, dann die Grosseltern. Wer ist nur Grosseltern, also noch nicht Ur-Grosseltern? Haben wir Ur-Grosseltern unter uns? Ah, ihr habt es gewusst. Vier Generationen sind unter uns. Nun, wenn man so unterschiedliche Generationen ist in einer Gemeinde, bedeutet das ja auch, dass jeder von uns unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und an einem unterschiedlichen Entwicklungspunkt steht im Leben. Also als ich Teenager war, da hatte ich ein grosses Ziel in meinem Leben. Ich wollte nicht sterben, bis ich mal selbst Auto gefahren bin. Und als ich dann 18 wurde, am Tag danach wurde mir der Lernfahrausweis zugestellt bereits und ich habe meine erste Fahrt gemacht. Nun, heute muss ich sagen, es ist auch ab und zu gemütlich, mit dem Zug unterwegs zu sein. Und vielleicht bist du schon wieder an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben und du denkst, oh, es wäre schön, ich dürfte noch Auto fahren. Oder es wäre schön, oder vielleicht denkst du auch, zum Glück muss ich nicht mehr Auto fahren. Und wie auch immer, die natürliche Entwicklung, die geht voran. Und so wie es eine natürliche Entwicklung gibt, so gibt es auch eine geistliche Entwicklung. Zuerst ist man wie ein Säugling im Glauben, dann ein Kind im Glauben, dann ein Teenager im Glauben und dann Erwachsener im Glauben. Und das Ziel, das Gott mit uns hat, ist, dass wir erwachsen werden im Glauben. Und darum geht es beim heutigen Predigtext aus Epheser 4, 11 bis 16. Ihr dürft gerne aufschlagen. Gott beruft uns, erwachsen zu werden. Wie geistliches Wachstum geschieht, beschreibt Paulus hier. Epheser 4, Abvers 11. Ich lese. Er, gemeint ist Jesus. Jesus ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen. Und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Noch einmal meine Frage. Wo stehst du in der geistlichen Entwicklung? Bist du ein Säugling im Glauben? Kind? Teenager? Ein Erwachsener im Glauben? Vielleicht sitzt du hier und denkst, oh, ich bin noch gar nicht im Glauben. Vielleicht bist du hier und denkst, ich bin ja noch nicht mal ein Säugling im Glauben. Ich interessiere mich für den Glauben, aber eigentlich habe ich mich noch nie bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden. Dass es so ist, bist du vielleicht da, weil dich jemand eingeladen hat. Vielleicht bist du interessiert, vielleicht aber auch noch ganz kritisch. Egal. Herzlich willkommen. Wir sehen unseren Auftrag als Gemeinde darin, dir Jesus Christus bekannt zu machen. Weil wir glauben, dass Jesus Christus das Beste ist, was uns geschehen kann. Diese Woche bekam ich ein Mail von einem Ehepaar, das gerade eine schwere Zeit durchmacht. Körperlich. Und dann steht unten im Mail so, Jesus ist das Beste, was uns passiert ist. Das glauben wir, das erleben wir. Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass du auch zum Glauben kommen darfst. Und dann, wenn man zum Glauben kommt, dann ist man zuerst mal ein Säugling im Glauben. Vielleicht ist das bei dir schon Jahre her, Jahrzehnte. Erinnerst du dich noch daran damals? Bei mir ist es über 20 Jahre her so. Und dann ist man so ein Säugling. Und Säuglinge zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sehr viel Zuwendung brauchen. Sehr viel Hilfe. Es braucht eine geistliche Hebamme, die uns hilft, zum Glauben zu kommen. Dann braucht es geistliche Eltern, die uns helfen, die ersten Schritte zu gehen. Die uns zeigen, wie man Bibel liest. Wie man betet. Und dann muss man auch lernen, laut zu beten. Ich weiss nicht, wann du das erste Mal laut gebetet hast. Das ist gar nicht so einfach. Und dann lernt man so von den geistlichen Eltern, das ist wichtig im Glauben. Das sind deine ersten Schritte. Und dann wird man ein Kind und man lernt selbstständig, Schritte zu gehen. Und die Schritte werden immer grösser. Der Radius wird immer grösser. Und man möchte noch mehr entdecken. Ich sehe bei Kindern, die haben eine natürliche Neugier. Die wollen Neues entdecken. Sie sind gierig danach. Begierig. Auf feste Nahrung im Glauben. Und dann wird man ein Teenager irgendwann. Hat so wunderbar gestartet. War so begeistert von dem, was man mit Jesus erlebt. Und plötzlich wird man ein Teenager im Glauben. Das ist so die Zeit, wo man plötzlich denkt, ist das wirklich das Wahre, was ich hier habe? Man stellt alles in Frage. Plötzlich kommt eine neue Lehre und man denkt, das wäre auch noch spannend. Dann kommt wieder eine Lehre, das wäre aber auch noch spannend. Und man ist hin und her geworfen. Teenager sind manchmal auch rebellisch. Stellen vieles in Frage. Vielleicht auch gerade den Glauben, den sie von ihren Eltern, geistlichen Eltern mitbekommen haben. Und dann, wenn man diese Zeit gut durchlebt, dann weiß man plötzlich, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt stehe ich fest. Ich weiß jetzt, wo ich stehen möchte. Erwachsene im Glauben haben einen gefestigten Glauben. Neue Lehren lösen nicht gerade eine Identitätskrise aus. Du bist gesund mit Jesus unterwegs. Du willst geistlich reifen, weiterhin ist gerne in der Bibel, betest, möchtest wachsen in der geistlichen Gemeinschaft, Glaubensgeschwistern austauschen. Und vor allem zeichnet sich geistliche Erwachsene dadurch aus, dass sie geistliche Kinder zeugen möchten. Sie wünschen sich, dass auch andere Menschen zum Glauben an Jesus kommen und dann, wenn sie das erleben, dann kommt... Also Eltern haben schon eine schwierige Aufgabe, oder? Da muss man... Natürlich, das braucht so viel Zeit. Aber auch im Glauben. Ich sage euch, wenn man jemanden zum Glauben führt, das braucht so viel Zeit. Nachgehen, Bibel lesen mit ihnen, beten, da sein, helfen, die ersten Schritte zu gehen. Möchte ich noch einmal fragen, wo stehst du im Glauben? An welcher Stelle? Paulus schreibt hier diesen Text an die Gemeinde in Ephesus und er schreibt ihnen, Gott hat der Gemeinde Gaben gegeben, er hat ihnen Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer geschenkt und diese Gabenträger, diese Gaben der Gemeinde haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Gottes heiliges Volk. Im Neuen Testament ist das die Gemeinde. Sind wir. Du und ich. Wir gehören zu Gottes heiligem Volk. Und diese Gabenträger, und ich könnte jetzt viel dazu sagen, wäre ein Bibelseminar für sich, was damit gemeint ist. Ich mache es mal kurz, ich sage einfach mal vereinfacht, das sind wie die Leiter der Gemeinde. Manche sind so, andere so. Hirten. Pastor ist ja das lateinische Wort für Hirte. Lehrer, Lehrer, die haben die Aufgabe, die Gemeinde auszurüsten für ihren Dienst. Und nach Epheser 4,7, also ein paar Verse vorher, hat Gott jedem der Gemeinde Gaben gegeben. Steht da, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Und jetzt ist es die Aufgabe, der Gabenträger, der Leiter, die Gaben der Gemeinde zur Entfaltung zu bringen, auszurüsten. Ich sage jeweils, du bist von Gott begabt und es gibt keine Gabe ohne Aufgabe. Also die Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer rüsten die Gemeinde aus für ihren Dienst. Und das führt zum geistlichen Wachstum. Und das Wachstum geschieht dann, wenn jeder in der Gemeinde, jeder in der Gemeinde sich einsetzt für den Chef. Haupt. Ich übersetze gerne mit Chef. Weil Haupt, Latein kaputt. Davon abgeleitet Chef. Chef ist eigentlich nichts anderes als Lateinisch für Haupt. Haupt, für den Chef, für Jesus, für das Haupt sich einsetzt. Und zwar an seinem Platz, den ihm das Haupt zuweist. Entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Und so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Das ist Gottes Vorstellung von Gemeinde. Und ich möchte dich fragen, welche Vorstellung hast du von Gemeinde? In den letzten Jahrhunderten haben sich wie so zwei Paradigmen, so zwei Hauptvorstellungen heranentwickelt. Das eine Paradigma, das nennt man in der praktischen Theologie so das fahrerzentrierte Paradigma. Nämlich so das Verständnis der Pastor als der geistliche Dienstleister der Gemeinde. Vielleicht hast du auch dieses Verständnis. Das ist typisch, das typische Modell, das klassische Modell in der reformierten evangelischen Kirche. Also eine Gemeinde, ein Pfarrer, der sich um die Gemeinde kümmert. Der Pfarrer hat die Aufgabe, durch Sonntagspredigten die Gemeinde zu ernähren. Also die Schafe kommen, der Pfarrer gibt die Nahrung. Und dann hat der Pfarrer die Aufgabe, noch Seelsorger zu sein. Er ist der Seelsorger der Gemeinde. Also der Pastor ernährt die Gemeinde. Und das ist seine Aufgabe. Nun, in den letzten Jahrzehnten hat sich ein anderes Paradigma entwickelt. Und zwar hat man gemerkt, oh, in Gemeinden, die so das Verständnis haben, der Pastor ist der geistliche Dienstleister, da wird die Gemeinde sehr schnell in eine Konsumhaltung kommen. Denn man ist ja nur da, um zu konsumieren. Gib mal. Und dann entscheidet man nach der Sonntagspredigt, heute war es gut, heute war es schlecht. Das Schaf entscheidet, ob die Nahrung gut ist. Und dann kommt es sofort zur Frage, was bringt es mir? Hat es mir etwas gebracht? Bringt mir der Pfarrer etwas? Bringt er mir nichts? Das ist so diese Haltung. Und dann hat man gemerkt, oh, mit dieser Haltung, mit diesem Verständnis kann man nicht gross werden als Gemeinde. Dann kam die Gemeindewachstumsbewegung, die wollte ja grosse Gemeinden. Gemerkt, oh, man muss das Paradigma wechseln. Und man hat gesagt, so, der Pastor braucht eine neue Rolle. Er sollte nicht mehr der geistliche Dienstleister der Gemeinde sein, sondern der Vorstandsvorsitzende der Gemeinde. Damit die Gemeinde wieder grösser werden kann, als wie der Pastor fähig ist. Und dann hat sich eine Verschiebung entwickelt. Und ich finde ganz vieles gut aus dieser Gemeindewachstumsbewegung, aber das Problem ist, man hat dann gemerkt, nach ein paar Jahren, Jahrzehnten, dass eine starke Verschiebung stattgefunden hat, von geistlicher Leitung zu organisatorischer Leitung. Und das Geistliche wurde vernachlässigt. Und so sind die Menschen in diesen Gemeinden nicht mehr geistlich gewachsen. Das wurde vor allem entdeckt dann in dieser Studie vor 15, 16 Jahren, wo man da weltweit gemacht hat mit mehreren hunderttausend Menschen. Geistliches Wachstum. Und ich meine, so ein dritter Ansatz wäre wahrscheinlich besser. Da haben wir überlegt, wie könnte ich sagen, so die Rolle des Pastors, oder was ist vielleicht von diesem Text her so das Beste? Und ich sage mal, kommen wir mal weg vom Pastor alleine, sprechen wir mal vom ganzen Team, von den Ältesten, von der Gemeindeleitung. Da gehören die Pastoren auch dazu. Und diese Leitungen der Gemeinde, das sind, ich sage mal, sind wie die Spielertrainer. So verstehe ich meine Rolle hier. Ein Spielertrainer, also ein Coach auf dem Feld mit den anderen. Und in der Gemeinde haben also die Leiter die Aufgabe zu lehren und zu leiten, sodass sich jeder seiner Aufgabe entsprechend einsetzen kann. Und dadurch entsteht geistliches Wachstum. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wer bewirkt das Wachstum? Oder die Leiter haben die Aufgabe, für den Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, die ganze Gemeinde dann das Wachstum bewirkt. Aber wer macht das? Jesus. Jesus bewirkt das Wachstum. Aber jetzt muss ich etwas sagen. Gottes Methode sind immer Menschen. Immer. Gottes Methode im geistlichen Bereich sind immer Menschen. Ich habe mir jetzt viele Gedanken dazu gemacht. Und ich muss euch sagen, ich habe noch nie erlebt, jetzt in vielen Jahren und Beobachtungen, dass ein Mensch ohne menschliche Einwirkung geistlich gewachsen ist. Ich kenne zum Beispiel keinen Menschen auf der ganzen Welt, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, ohne einen anderen Menschen. Jetzt denkst du vielleicht, aber ich kenne jemanden, der hat die Bibel gelesen und ist so zum Glauben gekommen. Kenne ich auch jemanden. Aber wer hat die Bibel geschrieben? Paulus. Gottes Methode sind Menschen. Klar, Gott hat es Paulus eingegeben. Wer hat die Bibel gedruckt? Menschen. Wer hat die Bibel verbreitet? Menschen. Wer hat die Bibel diesem Mann, dieser Frau geschenkt? Menschen. Gottes Methode sind Menschen. Damit geistliche Wachstumsschritte geschehen, gebraucht Gott dich und mich. Er gebraucht uns. Und genau das steht hier in diesem Text. Wachstum geschieht, wenn jeder in der Gemeinde sich einsetzt an seinem Platz. Geistliche Wachstumsschritte geschehen, also nicht nur durch den Pastor, die Pastoren, die Leiter, ergänze, die Hauptleiter, die Kleingruppenleiter. Also die geistliche Wachstum geschieht durch jeden in der Gemeinde. Durch jeden. Und so verstehe ich meine Aufgabe hier in der Gemeinde als einer von vielen Spielertrainer. Mit euch zusammen helfe ich, dass die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und ich frage dich heute Morgen, bist du auf dem Spielfeld? Wer mich kennt, weiß, ich denke sofort an Fußball. Vielleicht denkst du eher an Eishockey oder sonst irgendein Spielfeld. Aber wenn ich ein Spiel schaue, dann meistens Fußball. Dann bin ich so im Stadion. Super League oder bei uns jetzt eher Challenge League. Aber dann habe ich so um mich herum, habe ich so ganz viele Zuschauer. Und die Zuschauer, die wissen es immer besser. Die Türen spielen so und so und wenn noch und der Trainer hat keine Ahnung und so. Und ich denke mir dann immer, wenn ich das so höre, die könnten es ja gar nicht besser, sonst wären sie ja auf dem Spielfeld. Und vielleicht ist es in der Gemeinde ähnlich. Ich möchte dich fragen, bist du auf dem Spielfeld? Diejenigen auf der Tribüne wissen es immer besser. Die können schnell mal kritisieren. Ich sage dir, wenn du etwas siehst, was nicht perfekt ist, du kannst es ja besser machen. Du! Du, nicht der Pastor, nicht die Gemeindeleitung. Du! Wachstum geschieht durch jeden von uns. Bist du auf dem Spielfeld? Und ich sage wirklich, jeder kann hier mitspielen. In der Gemeinde. Jetzt denkst du vielleicht, oh, ich habe keine Kraft. Ich bin so schwach. Ich mag einfach nicht. Jetzt höre ich diese Predigt und wieder geht es um Mitarbeit und machen, machen, machen. Ich kann dir sagen, auch du kannst mitspielen. Gemäss deiner Kraft. Gemäss deiner Begabung. Gemäss deinem Alter. Gemäss was auch immer. Niemand kennt dich so gut wie Gott. Der weiss doch, welchen Platz er dir zuweisen muss. Denkst du vielleicht, ja, aber ich kann nicht mehr in den Wald gehen und mit den Kindern herumrennen. Ich sage, kein Problem. Du kannst aber vielleicht für diejenigen, die im Wald herumrennen, beten. Vielleicht mal eine Ermutigung mitgeben. Ein Kärtchen schreiben. Es finanzieren, dass die herumrennen können. Gestern war Jugendgottesdienst hier. Vielleicht hast du für den Jugendgottesdienst gebetet. Dass unsere jungen Menschen geistliche Wachstumsschritte machen. Wenn du das gemacht hast, warst du gestern auf dem Spielfeld. Im letzten Morgen gebetet, betet ein Senior in der Runde. So habe ich es in Erinnerung. Jesus, lass uns Senioren ein Segen sein für die Jungen hier in der Gemeinde. Zum Beispiel, indem wir sie ermutigen. Mein Herz ist so bewegt. Ich dachte, genau das ist geistliche Reife. Ein Segen sein für andere. Und ich muss euch an dieser Stelle auch sagen, mich begeistert in dieser Gemeinde, wie viele sich hier investieren. Manchmal denke ich so ein bisschen darüber nach, wie viele es sind. Da denke ich, wow, über 200 verschiedene Menschen hier, die irgendwo mitarbeiten, die mitbeten, die mitfinanzieren, die mittragen, dass geistliches Wachstum passiert. Und da möchte ich heute Morgen mal wieder ganz, ganz herzlich danken, wenn du auf dem Spielfeld bist. Jetzt, was passiert, wenn jeder in der Gemeinde gemäß seiner zugewiesenen Aufgabe seinen Beitrag leistet? Drei Punkte sehe ich hier in diesem Text. Erstens, es führt dazu, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Kenntnis im Glauben, dass wir die Bibel besser kennenlernen. Dass wir Gott besser kennenlernen. Und vor allem den Sohn besser kennenlernen. Jesus Christus ist das Zentrum unseres Glaubens. Das ist geistliches Wachstum. Wir lernen die Bibel, wir lernen Gott immer besser kennen. Vor allem Jesus. Das führt zur Einheit der Gemeinde, steht hier sogar. Also zentral in der Gemeinde, was uns verbindet, ist das Evangelium. Jesus Christus. Man kann das Evangelium ja auf verschiedene Arten erklären, erzählen, auf den Punkt bringen. Eine sehr treffende Beschreibung vom Evangelium, finde ich, wie es auch schon ein bisschen älter ist, so die Formulierung. In mir selbst bin ich sündiger, als ich je gedacht habe. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich mir je hätte vorstellen können. Wachstum im Evangelium bedeutet für mich, ich wachse immer mehr in Verständnis dieser zwei Punkte. Erstens, ich verstehe immer wie besser, ja, ich bin sündig in mir selbst. Ja, ich habe vor Gott nichts aufzuweisen. Ja, ich bin so egoistisch. So schnell gereizt, so schnell hochmütig, so schnell verletzt, wenn jemand mich angreift. In mir selbst bin ich so verloren. Aber in Christus bin ich so geliebt. So angenommen. Auch wenn ich es nicht packe. Auch wenn ich heute hier sitze und denke, boah, Mitarbeit. Ich bin bis jetzt nicht auf dem Spielfeld. Jesus nimmt dich an. Das ist Evangelium. Geht nicht darum, was ich leiste. Was ich tue. Jesus nimmt mich an. Gott nimmt mich an wegen Jesus. Jesus hat für mich gelebt. Perfekt, heilig, tadellos. Und Gott rechnet mir diese Heiligkeit an. Das ist Evangelium. Und so wachse ich immer mehr. Ich merke, boah, ich habe so nichts vorzuweisen. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Geht nicht. Aber durch Jesus bin ich angenommen, geliebt. Habe eine Hoffnung in alle Ewigkeit. Er schenkt mir ewiges Leben. Er verändert mich. Nicht aufgrund meiner Leistung, sondern alleine wegen Jesus. Das ist das Erste. Geistliches Wachstum, Wachstum im Evangelium. Zweitens. Dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Geistliches Wachstum bedeutet, zweitens, dass wir Jesus immer mehr und mehr ähnlich werden. Dass wir keine unmündigen Kinder mehr sind und nicht mehr von Wind und Wellen hin und her geworfen werden. Und der Maßstab in unserem geistlichen Wachstum ist Jesus. Also eigentlich kann ich sagen, das Ziel ist, Jesus gleich zu werden. Aber auf dem Weg dahin werden wir ihm ähnlicher. Jesus ist der Maßstab, der Reife. Reife erwachsen, also wir sind keine unmündigen Kinder mehr. Nicht mehr hin und her geworfen, wenn so Stürme toben in unserem Leben. Und es kann ja passieren in unserem Leben, dass so Leerstürme toben. Plötzlich kommt eine neue Welle. Eine neue Leere. Vielleicht kommt ja mal wieder irgendein Segen aus Amerika und der schüttelt mal wieder alles durch. Und dann, geistliche Erwachsene Christen stehen fest. Auch wenn mal wieder eine Welle kommt. Klar, er macht wirklich so, aber ich stehe fest. Aber es gibt auch Lebensstürme. Es gibt vielleicht irgendwann in meinem Leben eine Diagnose, der habe ich nicht gerechnet. Und ich glaube, jeder von uns erlebt irgendwann eine Diagnose, der er nicht gerechnet hat. Krankheitsdiagnose, was auch immer. Und das schüttelt dann. Geistlich erwachsen zu sein, bedeutet, ich stehe fest. Auch wenn irgendetwas von außen kommt, das mich so richtig durchschüttelt. Und ich sage euch, es darf auch schütteln, das ist kein Problem. Es darf auch mal bam, bam, bam. Aber ich stehe fest. Oder vielleicht kritisiert mich jemand. Ich meine, ich kann Kritik gut annehmen in den Punkten, die mir nicht wichtig sind. Aber manchmal bekommt man eine Kritik, die trifft so irgendwie, man hat wieder das Gefühl, die Identität. Das, was mich ausmacht. Bam, bam. Geistlich reif heißt, es schüttelt mich, aber ich stehe fest. Und vielleicht kommt auch irgendwann mal jemand, der mich tief verletzt. Ich bin tief enttäuscht, auch von der Gemeinde. Wenn ich geistlich reif bin, stehe ich fest. Denn ich weiß, Jesus Christus ist der feste Grund im Leben und im Sterben. Das schüttelt, ja. Aber ich stehe fest. Das dritte, worin wir wachsen, ist, dass wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Wenn die Wahrheit fehlt, regiert Irrtum und Verführung. Wenn die Liebe fehlt, regiert Rechthaberei und Streit. Unreife Christen kämpfen entweder für das eine oder für das andere. Unreife Christen kämpfen beispielsweise verbittert für die Wahrheit. Das passiert dann, dass man andere grundsätzlich einfach mal verurteilt. Ich stehe bei der Wahrheit, die anderen nicht. Plötzlich kommt dann das Gefühl in mir auf. Ach, ich bin doch der einzige wahre Gläubige in der ganzen Welt. Oder wir in unserer kleinen Gruppe. Wir sind die einzig wahren Gläubigen. Man grenzt sich dann ab gegenüber allen anderen. Oh, wie viel Leid ist schon entstanden durch ein solches exklusives Verhalten, das meines Erachtens gar nicht die Wahrheit ist, gar nicht biblisch. Es ist so unreif. Die andere Seite ist aber, man sieht nur die Liebe. Es muss ja alles immer Einheit sein. Einheitsbrei. Man löst sich auf, oder? Ich habe mal gesagt, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Es ist ja egal, wie du denkst, wie du glaubst. Wir denken eh alle das Gleiche. Wir glauben alle an den Gleichen. Also, man löst sich auf, wenn man so tolerant ist gegenüber allem. Erwachsene Christen hingegen stehen in Wahrheit zur Liebe. Weil sie Jesus ähnlich werden. Und Jesus ist voller Gnade und Wahrheit. Und das ist ein Spannungsfeld. Gar nicht so einfach. Aber reif zu werden bedeutet, dieses Spannungsfeld besser zu verstehen und zu leben. Wahrheit und Liebe. Also, verstehen wir den Gedanken, den uns Paulus hier mitgibt in diesem Text? Er sagt eigentlich, wisst ihr, Gott gibt der Gemeinde wie Autoritäten. Und diese Autoritäten sollen bewirken, dass die ganze Gemeinde mündig wird. So, nicht abhängig machen, sondern mündig machen. Wir denken sehr schnell, oder ich zumindest, mündig sein heisst doch, ich brauche niemanden. Niemand braucht mir etwas zu sagen. Ich bin mündig. Also, ich entscheide selbst. Und ja, also ich brauche keine. Paulus würde sagen, dann bist du geistlich unreif. Du bist gar nicht geistlich reif, wenn du denkst, dass du niemanden brauchst. Nein, geistlich reif bedeutet, ich weiss, dass ich noch nicht alles weiss. Ich brauche noch Schulung. Ich brauche noch Weiterbildung. Ich brauche Feedback. Ich brauche Momente der Auswertung, um Learnings zu machen. Ich brauche geistlich reif. Mir fällt auf, mir fällt auf, im Geistlichen wie im natürlichen Bereich, gute Köche wollen immer noch besser kochen. Machen sich viele Gedanken, wie kann ich das noch besser machen, Inspiration, wo bekomme ich das und so. Gute Fussballer trainieren jeden Tag hart, um noch bessere Fussballer zu werden. Gute Pianisten üben jeden Tag ihre Fingerfertigkeit, damit die Finger machen, was der Kopf will. Gute Leiter lesen ständig Leiterschaftsliteratur, hören Podcasts, wollen bessere Leiter werden. Gute Ehepartner überlegen sich, wie kann ich noch ein besserer Ehepartner werden, wie kann ich noch mehr in die Ehe investieren. Gute Eltern lesen Erziehungsbücher, tauschen sich mit anderen Eltern aus, überlegen sich, welche Prinzipien haben wir eigentlich. Machen sich ständig Gedanken über ihre Erziehung. Kurz, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein, hat jemand gesagt. Und genau darum geht es hier. Wachstum. Oder ist jemand unter uns hier, der sagt, ich brauche kein Wachstum mehr, weil ich habe schon alle Kenntnisse. Ich kenne die Bibel auswendig. Oder ist jemand hier, der sagt, ich brauche kein Wachstum mehr, denn ich bin charakterlich schon perfekt. Also wenn du verheiratet bist, frag mal deinen Ehepartner, ob das stimmt. Oder deine Kinder, also meine Kinder können das sehr ehrlich sagen. Nein Papi, du bist noch nicht perfekt, wo du hast denn. Wachstum, Kenntnis, Charakter. Bist du hier und sagst, ich habe schon alle Fähigkeiten, ich kann schon alles. Ich nicht. Darum, wachse. Die heutige Predigt trägt den Titel, zusammen wachse, zusammen feiere. Denn wir wünschen uns, dass alle Menschen in unserer Region Frieden finden, mit Gott, Jesus ähnlicher werden und positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. Kurz, zusammen wachsen und dann zusammen feieren, wenn das passiert. Zusammen. Weil wir überzeugt sind, dass für unser Wachstum wir einander brauchen. Zusammen. Es gibt so viele Einanderbefehle in der Bibel. Einander, einander, einander. Zusammen. Denn wir sind ein Leib. Verschiedene Gelenke, verschiedene Körperteile. Aber ein Leib. Zusammen. Und dadurch wird der Leib durch die Liebe aufgewaltigt. Man könnte vielleicht auch sagen, zusammen wachsen. Also auch zusammen wachsen. Nicht nur zusammen wachsen, sondern zusammen wachsen. Wachsen, Fortschritt machen. Der Kenntnis im Charakter, in den Fähigkeiten. Aber jetzt auch zusammen feieren. Wenn Wachstum geschieht, wollen wir feiern. Oder das Volk Israel war, ich erlaube mir den Ausdruck, ein richtiges Partyvolk. Also wie die feiern mussten. Jedes Jahr unzählige Male. Feieren, Feieren, Feieren. Warum mussten die ständig feiern in Israel? Um sich daran zu erinnern, was Gott Großes getan hat. Und genau das wollen wir auch. Uns immer wieder daran erinnern, was Gott Großes tut. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Allererster Wachstumsschritt. Jemand kommt zum Glauben. Zusammen feieren. Wenn wir hören, wie jemand zum Glauben gekommen ist. Wenn jemand Jesus ähnlicher wird. Zusammen feieren. Wenn jemand positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken will. Zum Beispiel sagt, ich mache jetzt mal einen Missionseinsatz. Zusammen feieren. Wir freuen uns. In meinen Augen ist das ein Wunder. Ein junger Mensch sagt, ich gehe einfach mal ein paar Monate und investiere mich in andere. Zusammen feieren. Wenn jemand sagt, ich beginne ein Theologiestudium. Denn ich möchte Pastor werden, in die Mission gehen oder in der Gemeinde meinen Dienst besser tun können. Zusammen feieren. Wunderbar. Wenn jemand sagt, ich will Mitglied werden der Gemeinde. Zusammen feieren. Willkommen als verbindliches Glied der Gemeinde. Wenn jemand sagt, ich will mich in die Gesellschaft investieren. Wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Und man hört plötzlich, du bist dort noch und das noch und das. Zusammen feieren. Weil wir uns freuen mit dir. Das Gott dich gebraucht. Zusammen wachsen. Zusammen feieren. Das sind zwei Schwerpunkte, die sich ergänzen. Aber wenn wir immer nur sagen, zusammen wachsen. Und denken wir immer nur an das, was noch nicht ist. Noch nicht perfekt. Noch nicht vollendet. Noch nicht vollkommen. Du kannst immer noch wachsen. In den Erkenntnissen, im Charakter, in den Fähigkeiten. Immer noch mehr. Und irgendwie ist man nie fertig. Lebenslang. Aber jetzt sagen wir, wir wollen auch zusammen feieren. Wir feiern, was jetzt ist. Wir feiern, dass wir jetzt schon gerettet sind. Jetzt schon heilig sind. Jetzt schon. Vielleicht nicht mehr am Punkt wie früher. Wir sind. Zusammen feiern. Und das bringt so wie den theologischen Gedanken zusammen. Schon, aber noch nicht. Already, but not yet. Jetzt schon, aber noch nicht. So. Zum Schluss möchte ich dir heute noch zwei Fragen mitgeben. Zwei herausfordernde Fragen zum Schluss, die du mit Gott besprechen könntest. Erste Frage. Wo stehst du in der geistlichen Entwicklung? Ein befreundeter Pastor von mir, der auch Bücher schreibt. Hat ein Buch geschrieben über Epheserbrief. Und er schreibt hier zu dieser Stelle. Geistliches Wachstum zeigt sich, oder deine geistliche Reife zeigt sich, an der Hingabe und Mitarbeit im Reich Gottes. Am verankert und gefestigt sein in Christus und dem Wort Gottes. Am Festhalten der Wahrheit. Wo stehst du in der geistlichen Entwicklung? Zweite Frage. Bist du am richtigen Platz? Kannst du deinen Beitrag, so wie es hier steht, entsprechend der dir zugewiesenen Aufgabe leisten? Damit der Leib heranwächst und durch die Liebe aufgebaut wird? Jesus, danke für diesen Text, den wir hier miteinander anschauen durften. Ja, nicht wenige Theologen sagen, das ist vielleicht der wichtigste Text zum Gemeindebau. Und ich träume davon und wünsche mir, dass wir als Gemeinde das hier erleben können. Dass wir erleben dürfen, wie Menschen geistlich wachsen. Wie Menschen zum Glauben kommen. Wie Menschen von einem Säugling zu einem Kind, zu einem Teenager und dann zu einem Erwachsenen im Glauben werden. Jesus, hilf uns dabei. Wir haben viele Spielertrainer hier, viele Mitspieler. Und ich wünsche mir, dass wir dann immer wieder auch zusammen kreifieren können. Uns freuen an dem, was du tust. Oh Jesus, ich bitte dich, dass der Leib heranwächst und durch die Liebe aufgebaut wird. Amen.